Was geht ab, meine Freunde? Ich bin Tubo und ja, mein Mikrofon fällt schon wieder fast runter. Freunde, ja, wir sind mal wieder bei euren Kommentaren, das Format, wo ich, ja, auf eure Fragen eingehe oder Sachen, die ich lustig finde, gerne erwähne und selber lustig finde oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Freunde, das Wichtigste, mein Merch ist rausgekommen. Ihr seht es hier, neutral, subjektiv, Freunde, so bin ich, so kennt ihr mich. Ich bin neutral zum Content der ganzen YouTube-Leute, was weiß ich. Und trotzdem natürlich subjektiv, was meine Meinung und was mein fachliches Wissen angeht. Freunde, ich finde, wir fangen einfach mal an. So, Freunde, wir sind hier bei meinem Top 5 Songs der Woche, Video von letzter Woche. Ja, ich habe da halt einfach mal rausgehauen, was ich geil fand. Und Justin Bieber, ich finde den Song immer noch extrem geil. Das ist schon wieder so eine Kameraception hier, ne? Das ist so strange. Auf jeden Fall, ja, Justin Bieber. Ich weiß, Justin Bieber polarisiert, nicht viele mögen ihn und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich einfach sagen, dass seine Entwicklung extrem krass war und dass er einfach mit Baby angefangen hat, einem Song, den ich auch absolut nicht leiden konnte. Und damit einfach, ja, wie soll ich sagen, uns eine Entwicklung gezeigt hat, ja? Also er zeigt einfach, dass er es durchgezogen hat und dass er einfach besser geworden ist. Ich finde, das kann man definitiv sehen und auch hören. Aber es ist natürlich, wie sonst immer, musikalisch Geschmackssache. Wie wäre es mit meinen Top 5 Latinas? Freunde, wer den Insider nicht ganz versteht, auf meinem Gaming-Kanal streamen wir sehr oft. Und wir sind so ein bisschen Latina-Fetischisten. Fata-Faschir-Fatata. Ja, kommt einfach mal vorbei und dann wisst ihr auch, was er meint. Ne, Reza, liebe Grüße auch an dich. Heißt das, dass es kein Video über Contra K's Album kommen wird? Dingsda, Bumsta. Leider nicht, Freunde, leider nicht. Ich habe es mir auch angehört und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich einfach sagen, dass mir auch wie beim Drake-Album nicht so viele Songs gefallen, wie ich es eigentlich, naja, erhofft habe. Es gibt ein paar echte Diamanten. Hahaha, was ein Wortspiel. Aber insgesamt muss ich sagen, es war cool, aber leider jetzt auch nicht auf Dauer bei mir. So, Freunde, kommen wir zum nächsten YTT, der letzte Sommer. Ich bewerte Musik von YouTubern. Also eure, boah, das ist so der Wahnsinn, ne? Diese Daumen zu Daumen runter Dingens da. Wahnsinn, ne? Also ich feiere euch extrem. Vielen, vielen Dank für den Support. Und ja, finde ich krass. Finde ich echt krass. Fun Fact, der Tod in dem Track wird von Julian Bam gespielt. Ja, ich habe sehr oft gelesen, dass viele Leute da drin mitspielen, die jetzt, ähm, ja, ich sag mal, für mich auch ein Begriff sind. Also Julian Bam ist da. Ape Crimes haben wohl auch irgendwie da was gemacht und so weiter und so fort. Finde ich krass, finde ich cool. Schade, schade, dass ich diese Zeit nicht miterlebt hab, weil ich glaube, dass die Zeit von YTT definitiv noch, wie soll ich sagen, Charakter hatte, ja, Charme hatte. Ich hoffe, dass wir dahin wieder zurückkommen. Ich hoffe, dass es musikalisch dank mir, äh, immer besser wird. Irgendwie, irgendwas, keine Ahnung. Und dass der generelle Content wieder ein bisschen besser für euch wird, ne? Ich guck's eh nicht, aber, ja, für euch generell. Ich find's echt cool. Wie der immer so tut, als ob er die nicht kennt. Ihr seht meinen Kommentar. Ach ja. Man muss sich doch nicht schämen, wenn man die kennt. Als ob man noch nie das Lied gehört hat. Ich hab es noch nie gehört. Ich weiß, manche Leute oder viele Leute sind hier neu. Ich habe nie YouTube-Musik gehört. Ich hab nie, weil ich einfach auch Vorurteile hatte. Ich hatte keine Lust, mich auf das Thema einzulassen. Und ich hab tatsächlich lieber Musik gehört, die von Musikern kommt. Und nicht von Leuten, die halt hauptsächlich Videos oder Comedy oder sonst was machen. Von daher könnt ihr mir das ruhig glauben, wenn ich das sage. Es wurde auch des Öfteren gesagt, ja, hey, bei dem einen Song von, ähm, von hier, White Titty ist der Ladebalken durchgelaufen und rot, keine Ahnung. Freunde, ich hab einfach nur irgendein Lied, glaub ich, angeklickt und den Sound eingestellt, damit ich hier im OBS sehe, ob nichts übersteuert oder so, bevor ich das Hauptlied höre. Ja, ich hab's trotzdem nicht gehört. Ich bin ehrlich zu euch und ich möchte euch auch immer meine erste Reaktion, meine erste Bewertung liefern. Ja, von daher könnt ihr mir da ruhig vertrauen. Ich bin bis jetzt immer ehrlich geblieben und bleibe es auch, ja. So, dann kommen wir zu meinem nächsten Thema, mein neuer PC. Ja, Freunde, auch da ist die Resonanz Wahnsinn. Kaum Dislikes, ich feiere euch so extrem, das ist der Wahnsinn. Selbst bei etwas, was eigentlich nichts großartig mit mir zu tun hat, aber dennoch möchte ich natürlich gerade so Technik-Sachen gerne machen, weil ich, naja, ich will nicht sagen Spaß dran hab, weil mir alles kaputt geht, aber irgendwie macht es mir doch Spaß. Also irgendwie macht es mir Spaß, darüber zu reden, auch wenn ich absolut keine Ahnung hab und ich lass mich auch belehren. Ich weiß, dass ich keine Ahnung hab. Von daher, Freunde, finde ich das schon super und mache das sehr gerne. Dein Team hat das übelst gut geschnitten. Krasses Equipment. Freunde, ich hab euch ja gesagt, ich schneide nicht mehr alles selber, aber das hier hab ich selber geschnitten. Ich war so stolz auf mich. Also außer das Intro. Das hab ich auch geschrieben, ne. Ich würde niemals die Lorbeeren für etwas einstecken, was ich nicht selber gemacht hab. Das ist, das ist scheiße. Sowas sollte man nicht machen. Das kommt irgendwann raus und dann steht ihr dumm da. Von daher, ja. So, meine Freunde, das war's für heute mit euren Kommentaren. Ich hoffe, ich konnte mal wieder so ein bisschen auf eure Sachen eingehen. Wie gesagt, das Shirt gibt es noch. Es gibt wirklich nicht viele. Wir haben wirklich erstmal ein kleines, kleines Sortiment rausgesucht, sag ich jetzt einfach mal, beziehungsweise gemacht, weil ich bin kein Fashion-YouTuber. Ich will einfach gucken, ob ihr Bock da drauf habt. Ich höre sehr viele positive Nachrichten. Und es gefällt euch. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das so bleibt. Ich will euch nicht dazu bringen, Sachen von mir zu kaufen, nur weil ich es bin, sondern weil es euch gefallen soll. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht hab. Und ja, und dann werde ich's besser machen. Freunde, Bademantel. Genau. Ich werde so oft gefragt, wann kommt Bademantel-Merch? Bademantel-Merch kommt Richtung Herbst-Winter. Weil jetzt, oh Leute, es sind 30 Grad immer noch draußen. Ich schwitze wie Sau, auch wenn ich keine Haare hab. Von daher, Freunde, das kommt noch. Und ich glaube, das wird richtig geil. Da freue ich mich richtig drauf. Aber das hier ist erstmal das Erste. Es ist limitiert. Und ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, macht es gut. Peace. 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 Peace.